Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Sternenschau der Astrologie. Hier ist Ad Astra. Ein interessantes, spannendes, aufregendes, fast sogar aufputschendes Ereignis nähert sich. Nämlich der kommende Vollmond am Montag, 19. August. Exakt wird er um 20.26 Uhr. Am Ende der Zeichen Löwe und Wassermann. Also der Mond steht in Wassermann und wie immer gegenüber beim Vollmond die Sonne am Ende des Sternzeichens Löwe. Einige Tage später wird sie ja dann schon nach Joffra treten. Aber vorher gibt es noch so einen gewissen Knalleffekt. Und zwar deswegen, weil zu diesem Vollmond der sehr hochgespannte, teilweise sogar explosive Planet Uranus in Quadrat steht, in Spannung steht. Und der rückläufige Merkur im Zeichen Löwe, der steht ganz innig verbunden mit der Sonne. Wir haben also zuerst einmal eine deutliche Verbindung innerhalb eines rot gezeichneten Spannungsdreiecks von Sonne, Mond, Merkur und Uranus. Die Spannung zu Uranus ist sogar auf vier Minuten genau, also hochexakt, so dass wir wirklich erwarten können, dass die sehr aufregende, alles sozusagen unter Hochspannung versetzende Energie des Uranus zu diesem Vollmond deutlich spürbar sein wird. Normalerweise auch schon mindestens einen, manchmal zwei, drei Tage vorher spürt man schon, da kommt was. Ja, was kommt da, wenn Merkur und Uranus beteiligt sind? Also Merkur, unsere Denkwelt, die im rückläufigen Löwe-Sinne nach hinten Richtung Rückschau orientiert ist. Und im Zeichen Löwe geht es ja um Fragen wie Selbstdurchsetzung, Selbstausdruck. Werde ich dominiert von anderen oder dominiere ich andere? Meine narzisstischen Anteile, meine eventuellen Kommen in den Blickpunkt oder eben auch narzisstische Verhaltensweisen anderer Menschen. Es geht natürlich auch um Machtfragen und so weiter. Und da werde ich von meinen Denkmustern in die Vergangenheit geschickt, um hier bestimmte Prozesse nochmal ganz genau anzuschauen. Und jetzt mit Spannung zu Uranus kommt eben eine teils überraschende, heftige, teils auch erschütternde Aufforderung, hier diese Denkmuster ziemlich stark zu verändern, neu zu gestalten, umzuformen, einen Wendepunkt zu setzen, der durchaus eine Art Knalleffekt sein könnte. Nun hat dieser Vollmond noch eine weitere Besonderheit, nämlich, dass am gleichen Tag, kurz danach, das Jupiter-Saturn-Quadrat, welches ich schon besprochen habe, Jupiter in Zwillinge, Saturn in Fische, am gleichen Tag exakt wird. Und damit hat dieses Quadrat, also wiederum ein Spannungsaspekt, maximale Wirksamkeit zu diesem Vollmond. Wenn ihr genauer verstehen wollt, was das bedeutet, dann schaut euch doch eventuell auch noch mein Video an, wo ich eben genau dieses Jupiter-Saturn-Quadrat ausführlich erkläre, auch in seiner zyklischen Position. Weil Jupiter-Saturn ist ja ein 20-jähriger Zyklus. Und das ist jetzt das erste Quadrat, nach fünf Jahren begonnen hat dieser Zyklus im Jahr 2020. Also wir werden durch diesen Vollmond auch durchaus auf Dinge hingewiesen, die wir zu Beginn der Corona-Zeit gesetzt haben, mit denen wir uns da vielleicht beschäftigt haben. Und jetzt werden eben starke Neuerungen verlangt, starke Wendepunkte. Dennoch, obwohl so viel Spannung im Feld ist, und da kann natürlich sich auch einiges davon entladen, würde ich jetzt diesen Vollmond nicht zu gefährlich oder zu überdramatisch negativ betonen. Denn es gibt ja letztlich immer Herausforderungen und Chancen am Sternenhimmel, die uns als Kollektiv oder persönlich angehen und eben herausfordern, hier zu reagieren darauf. Wir sehen aber auch im Horoskop, dass dieser Vollmond auch Unterstützung hat und sogar heilende Qualität entfalten könnte. Denn der Chiron steht sowohl zum Mond als auch zur Sonne günstig aspektiert, in Trigon oder in Sextil. Da bildet sich also wie ein Entspannungspunkt, ein Heilungspunkt, der aus den vielleicht erst verwirrenden und vielleicht sogar leicht chaotischen Vorgängen resultieren kann, die an diesem Vollmond auf uns zukommen. Also es gilt immer wieder, uns nicht von negativen Erwartungen ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern das auch durchaus positiv zu besetzen, dass wir jetzt durch diesen Vollmond große Möglichkeiten bekommen, Dinge wirklich einschneidend zu verändern, die uns bisher vielleicht auch nicht gelungen sind. Mit Uranus haben wir häufig Distanzierungsmöglichkeiten, Wechselmöglichkeiten aus bestimmten Prozessen oder Beziehungen aussteigen, die einfach beendet sind oder die uns nicht mehr gut tun, die uns Energie entziehen etc. Es gibt noch eine zweite Figur in diesem Vollmondhoroskop, die darauf verweist, dass das ganze Geschehen sehr stark auch Relevanz zu unseren Beziehungen hat, denn die Venus steht eben genau zu Jupiter und Saturn in Aspekt, Venus in Jungfrau und bildet ein zweites Spannungsdreieck, das parallel läuft zu dem Vollmonddreieck. Das ist dann ein Spannungsdreieck eben mit Venus im siebten Haus, Saturn im ersten Haus und Jupiter, der auch noch in der Nähe von Mars steht im vierten Haus. Diese Verbindung Venus-Mars-Jupiter-Saturn verweist eindeutig auf enge Beziehungen, insbesondere auch auf Paarbeziehungen. Venus-Mars hat ja auch mit den erotischen Beziehungen zu tun, mit der Leidenschaft und da werden wir eben gerade in Beziehungen die Thematik des Jupiter-Saturn zum Vollmond besonders erleben und das ist ja eine abbremsende Energie da, wo wir schnell vorwärts kommen wollen. Saturn bremst eher, Jupiter will sich schnell entwickeln und diese Hü oder Hott-Frage stellt sich eben insbesondere in Beziehungen und gibt uns hier einen starken Fokus darauf. Wenn wir neue Entwicklungen anstoßen wollen, und das wird sehr wahrscheinlich sein, dass wir in vielen Beziehungen, auch in Freundschaften, in Familienbeziehungen und in Partnerschaften, Umstellungen gefragt sind, Saturn sagt aber nicht zu schnell, sondern sei bereit, auch gewisse Mühen auf dich zu nehmen, mit Geduld voranzugehen, auch mal erst mal kleine Schritte zu machen, das ist wiederum etwas, das der schnellen, hektisch-uranischen Energie des Vollmonds nicht gerade in den Sinn kommt. Also wir werden an diesem Vollmond durchaus vielleicht hin- und hergezogen sein, zwischen zwei Richtungen, schnell und Jupiterhaft toll, großartig Dinge gestalten wollen und auf der anderen Seite wird eben diese abkühlende, zur Gelassenheit mahnende Saturn-Energie ebenfalls vorhanden sein und uns zur Geduld mahnen, uns zeigen, dass vielleicht erst der eine oder andere kleine Schritt gegangen werden muss, bevor hier große Veränderungen dann wirklich initiiert werden können. Aber zu einem Vollmond ist auf jeden Fall Ausdruck verlangt, uns hier deutlich zu zeigen, das ist auch ein Löwe-Thema, unsere Gefühle zu zeigen, auszusprechen, ohne jemanden zu verletzen, auch besonders wichtig zu diesem Vollmond, denn der Wassermann-Mond neigt erst einmal zum Intellektualisieren und der Mond in diesem Vollmond-Horoskop steht auch noch im 12. Haus vor dem Aszendenten, also er steht noch in einem Bereich, wo er sich auch ganz gern verstecken möchte, so ein bisschen im Windschatten, bevor dann der Fische-Aszendent des Vollmond-Horoskopes uns sagt, trau dich auch zarte, sensible, intuitive Dinge auszudrücken, trau dich ins Gefühl zu gehen, etwas, das der Achse Wassermann-Löwe vielleicht erst einmal nicht so leicht fällt, aber mit der Löwe-Energie im Sinn von kreativer Ausdruck geht das dann alles leichter. Ja, zusammengefasst vielleicht könnten wir sagen, dieser ganze Vollmond hat einerseits eine aufregende, überraschende, erschütternde, wendende Energie, aber es sind auch eben plötzliche Erkenntnisse möglich, unerwartete Freisetzungen, die wirklich aus einer Richtung kommen, wo wir es vielleicht nicht erwartet hätten, das ist typisch Uranus, der kommt immer daher, wo man es nicht denkt und wo man sich auch nicht gerade vor Rasen vorbereiten kann drauf. Brüche sind möglich, aber genauso Entfesselungen, Befreiungsschläge, Entbindungen. Also nicht jeder von euch oder jede von euch insbesondere wird jetzt eine Entbindung zum Vollmond vor sich haben, aber wir können auf jeden Fall mal schauen, wo fühlen wir uns unfrei und durch Umstände gebunden und da liegt die große Chance dieses Vollmondes und eben als Entfesselungskünstler zu betätigen. Recht überraschende Zeitsprünge sind möglich, Zeitreisen in sowohl unsere eigene Vergangenheit als auch in die familiäre Vergangenheit, in die Ahnenvergangenheit oder durchaus auch in karmische Parallelwelten. Und dann kommt eben diese Wirkung, die ich anfangs schon genannt habe, die kironische Wirkung besonders zu tragen, dieser Vollmond möchte uns ermuntern und ganz viel Rückenwind geben, um Heilungsprozesse voranzutreiben und Lösendes zu initiieren. Dazu wünsche ich uns allen viel Mut und vor allen Dingen Offenheit für Überraschendes, das wir nicht erwartet haben, aber das uns eben vielleicht in ganz neue Richtungen katapultieren kann. Vertrauen in das, was kommt und ganz viel Dank fürs Dabeisein und hoffentlich irgendwann mal bald wieder, sagt euer Sternenbegleiter Martin von Ad Astra. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Dabends.